ladies and gentlemen hallo und herzlich willkommen zu minecraft mini spielen wir sind auf dem mineplex server es gibt ein neues spiel das heißt bark bark battles chicken heaven wir haben keine ahnung was jetzt passiert ich sehe nichts okay follow bark box construction and shake complete the task first was command der waterhole tnt spawning from the water use your boat to dodge explosions oh ich hab kein boot ich hab kein boot vielleicht kriegst du es sofort alles klar ja mein boot oh lol mein boot geht unter wow wir haben direkt nen scheiß tnt abbekommen lol ich hab jetzt auch nen tnt abgekriegt what the fuck ihr lutscher vor allem mein schiff mein schiff ist die ganze zeit im boot sind die alle in der mitte ich glaube in der mitte jetzt kommt jetzt kommt der nächste command alles klar bark bark okay wir sind schon von anfang an raus sagst du was ist denn jetzt oh bark bark commands stand on the correct color okay oh das ist geil hans die color ok wo ist die color rot red stained okay und jetzt hier nur einfach aaata HAHA HAHA HAHAha 数 tax kannst du leute runter schießen dass schlagen nein wei sie nicht okay weil ihr alle auf aiem j steht somit fünf leuten auf aiem eh lex was war und das jetzt wow wow ich bin durchgefallen Ja, wir auch. Der ist eiskalt. Ich konnte ja gar nichts machen. Lol. Er war grün. Hä, was? Wow, jetzt bin ich tot. Ja, natürlich sind wir tot. Das war ein Leck. Alle sind gestorben. Borgbar commands. Deadly TNT. Do not get knocked off. Borg TNT and our other players. Oh, alles klar! Woah! Woah! Wie kann ich das entthrown überhaupt? Weiß ich nicht. Rechtsklick, glaube ich. Ja, rechtsklick. Oh nein, das war knapp. Oh, das war knapp. Ich will P da raushauen. Nein, ich bin raus. Oh. Ich hab's geschafft tatsächlich. Wer überlebt? Wann gewinnt man denn? Der Lava is coming. Stand on Obsidian. Run, run, run. Ich seh nicht mein Bild. Ja, jetzt kommt das halt. Wow. Go, go, go. Wo soll ich denn rennen? Aufs Obsidian. Bin ich tot? Ich bin direkt tot. Nice. Hä? Das konnte ich ja never ever schaffen. What the fuck? Oh, neuer Obsidian! Das ist ein neuer gespawnt. Peter hat's geschnallt. Okay. Neuer Obsidian. Neuer Obsidian. Neuer Obsidian. Neuer. Aha. Jetzt hab ich's verstanden. Ja, ich auch. Aber bei mir war das... Jetzt geht's weg. ...viel zu schnell. Und am anderen Ende. Neuer Obsidian. Einer bleibt stehen. Weren aufkommen. Das ist jetzt aber noch nicht so schwer. Ne, ich bin direkt am Anfang gestorben. Uh! So. Oh no! Okay. Das ist mega einfach. Kann man das verkacken? Ja, freu mich auch. Und bei mir kam am Anfang der Obsidianblock nicht direkt. Oder... Ne? Und ich fahr zu weit weg und bin direkt gestorben. So instant. Hä? Was? Das war jetzt langweilig. Ihr habt's überlebt. It's raining and dance. Lol. Not time to stay alive. Alles klar? Oh! Lol! Lol. Was? Sie hat mich getroffen! Lüge! Okay. Ich leb auch noch. Ich leb auch noch. Grad bei mir war bei mir ein Lag. Was? Schon wieder durchfallen? You have completed the challenge. Ne. Ich hab überlebt. Hä? Ich hab noch zwei Leben. Okay, ich hab's geschafft. Chicken shooting. Six chickens. Okay. Wo sind denn welche? Ach, die sind ja in der Luft. Oh Leute! Nice. Eins. Zwei. Drei. Sechs. Easy. Vier. Easy. Ich hab erst zwei. Peter, los. Du schaffst es. Peter. Komm, du schaffst es. WTF! Du schaffst es, Peter. Sechs. Ich hab ihn completed. Oh, das war knapp. Ja, ich hab den Sack. Go, Peter. Komm, Sepp. Ich hab ihn. Komm, hilf mir. Komm, Peter. Wo ist denn Peter? Schnell. Peter. Komm, bist du gut. Ja. Peter. Sechs. Ja, komm. Komm. Haha. Oh, Peter. Ihr Lutscher. Buck, Buck commence. Und jetzt? Diamond Hunt, find a diamond in the chest. Oh, wei. Alles klar. Ja. Easy. Fertig. Haha. In der ersten Truhe, wo ich reingeguckt hab. Peter, hier war einer drin. Bei mir, wo ich springe. Aber der wird da ja nicht mehr drin sein, oder? Ich hab einen. Ich hab einen. Yes. Ich hab doch kein Wohlshit. Peter, hast du schon einen? Nein. Oh, das schaffst du nicht. Oh, ich hab nur noch ein Leben. Das hat er nicht geschafft. Ja. Rush the enemy team. Okay. Push, push, push. Push them off the platform. Ja, okay. Oh, Alter. Das wird witzig. Ich seh mal den Gegner-Team. Wir sind alle in einem. Oh, ich bin direkt gefickt worden. Oh, lol. Das ist ja das neue, oder? Oh, Gott. Ich bin auch das Leben. Das ist ja das neue. Oh, nein. Ich bin auch runtergeflogen. Hm. Oh, ich hab auch nur noch ein Leben. Jetzt sieht man, das ist ja vollständig angezeigt hier. Okay. Buck, Buck, come on. Ich werd gerade gekillt von Hühnern. Sie töten mich. Try to lock them off the platform. Stimmt, ihr seid da hinten. Jetzt bin ich zu. Okay. Hier. Alter. What the fuck? Wo ist Sepp? Vielleicht will ich letzter sein. Nein. Komm, Sepp, 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 Sepp. Nein. Komm. Komm. Sepp. Komm, komm, komm. Lol. Oh. Komm, komm, komm. Woll auf Sepp. Komm. Komm. Oh, man muss hier immer wechseln. Das ist ja mega stressig. Das ist ja mega stressig. Das ist ja mega stressig. Alter. Alter. Das geht ja Ewigkeiten. Nein. Komm, Jay. Nein. Komm, Jay. Ich hab Joel getroffen. Ich hab Joel getroffen. Ich hab Joel getroffen. Ich hab's geschafft. Ich hab's einfach nicht gefickt. Jetzt hört mich an die Chicken. Nein. Nein. Mich noch nicht. Huuu. Guck mal. Der eine bleibt einfach am Ramm. Oh nein. Oh nein. Wie lange geht das noch? Oh, fast zu Ende. Es ist schwierig einen da runter zu hauen, finde ich. Es ist halt mega random, ne? Oh nein. Oh, das war mega knapp. Ne, ich glaub nicht, dass er zu random ist. Oh, ich hab's überlebt. ZZ. Failing Blocks. Blocks are failing. Try to avoid getting hit. Falling. Verstand da nicht failing? Ja, die failen alle. Failen? Ne, die failen alle. First wave. Okay. Fail two. One. Oh shit. Ich bin tot. LOL. Alle tot. Wow. Wow. Mega nass. Okay. ZZ ist auch krassig gestorben. Guck mal, jetzt können wir bei der Dingens zugucken. Okay. So, jetzt haben wir das ein bisschen verstanden. Ich würd sagen, wir machen jetzt, äh, gehen raus und machen, äh, noch ne zweite Runde. Ja, würde ich auch sagen. Wir werden sowieso, wir werden zum Next Game geschickt in... Jetzt. Ah lol. Echt jetzt? Ja. ZZ hat dann gewonnen. Wow. Ja, die waren noch dran. Die waren noch dran. Ach so. Und wir sind halt schon durch. Und rausgeschmissen. Wir dürfen nicht wissen, wer der Sieger ist. Ja, genau. Wenn du den Chat gelesen hättest, hättest du gesehen, dass wir irgendwo hinklicken können. Ach so. ZZ hat gewonnen. Na ja. Bei uns hat ZZ gewonnen, aber wir machen sofort noch ein zweites Spiel und jetzt wissen wir, wie es geht. Boopock. Boopock. Was müssen wir hier machen? Boopock, wir sind wieder da. Mit Facecam oder ohne? Mit. Boopock. Wie immer mit. Ja, bei mir ist jetzt gerade meine Facecam abgehauen. Das ist ganz schön döde. Punch Five Picks, alles klar. Peter, wo bist du? Punch Five Picks. Fuck you. Erledigt. Fertig. Ja. Busy Game. Fuck! Jetzt nicht mehr Kacken wird meine Webcam wieder da. Ich hab' ich nur vier bekommen. Es leckt wieder wie Scheiße. Ist vorbei. Ist verkackt. Wow. So, Webcam ist wieder da. Also wieder andere Leute runterhauen Peter startet schon damit Oh Gott, das ist scheiße Dein ist so behindert Möglicherweise habe ich nur auf Peter geschossen Oh Leute, ich bin direkt rausgeflogen Oh was Hast du mich am Anfang direkt gesehen? Ich habe auch direkt auf Peter geschossen Ja, möglicherweise habe ich direkt auf dich geschossen Ich habe euch beide direkt gesehen So, drei Lives Lock all falling from Oh, das war doof Failing, ey, it's failing Nee, failing, you're failing from this guy Wow, go First wave in Ah, da Bullshit, ich bin 100% weggegangen Ich habe das auch geschafft bei mir Aber Drei Leben habe ich noch Search for treasure bin of the sand Find weapons to kill the others Was, wie geil ist das denn? Okay, das ist nice Geh mit der Waffe Motherfucker Ich habe einen Bogen Das ist nicht so gut Seid ihr Ficker Ah, gefickt Ah, gefickt Ich höre nur, wie Leute Schaden kriegen Was, der hat mich doch getötet Ja, ich habe aber über zwei geputt gemacht Ey Wow, man muss nur überleben Wow, die verstecken sich da alle drin Da bist du da auch so ein Motherfucker, der sich versteckt Ne Ey, ich habe auch geblieben Ich habe einen getötet Ja, ist schon vorbei Ich habe einen getötet Ah, ist cool Nice Wow, ich habe die alle angegriffen Haben wir eigentlich einen Leben, der Typ? Punch or Sparkling Oh, das ist denn Sparkling? Ah, jemand der blinkt Siehst du da? Okay What, wer blibbert denn da? You are no attacked Keep it up You are no longer attacked Ich habe Peter Ja, das habe ich hingestellt Ich habe Peter gehabt Fuck you, Zip Das war ganz schön low von dir Milch five different cows Okay Deliver the milk to the villager Komm, nehmt die Milch an Oh ja Wie geht das denn? Wie gebe ich den denn? Ah Rechtsklick Mensch, Jay Wow, Alter Oh, ne Das habe ich nicht verstanden Da war ich zu low von dir Die sind ganz schön weit weg Die Kür Da war ich leider zu low von dir Okay, das werde ich Ich glaube, ich bin da Oberf5 Komm Ey, der will die nicht Du hast ja noch ewig Zeit Ich will die Kuh nicht Ich habe schon fettig Weißt du, ich bin jetzt schon fettig Nach der Hälfte der Zeit, Jay Dann schaffst du Wow, ich habe es verloren Ich habe keine Ahnung Nee, Jay war einfach zu noobig Weißt du, meinst du, die Zeit ist eigentlich scheiße Oh, Jay hat nur noch ein Level Oh Okay Geil, das ist mega nice Okay, wir werden beschossen Das wird witzig Wir werden beschossen Das wird nicht witzig Wo? Von vorne Oh 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 Aha 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 Alles cool Alles cool Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh, das ist knapp Ich bin tot Das habe ich verstanden Nein, das habe ich fast überlebt Ich bin aber gestorben Zwei Leben Genauso wie Sepp Avoid landing on red wood Okay Was müssen wir machen? Oh, Leute Was? Hey Wieso kriege ich keine Wolle? Ich kriege keine Wolle Ich kriege keine Wolle Wo steht denn das, ob man die kriegt oder nicht kriegt? Ich weiß es nicht Ich kriege definitiv viel zu wenig Score 6 Manche Dinger sind aber echt dumm davon Manche sind mega nice Okay Okay Viel Glück Closing Okay, das war Okay Eigentlich nicht so schwer Weil jemand von da Peter Ja Du kannst überhaupt nicht so schnell was machen Das ist mega random die Scheiße Wieso bin ich unter Wasser? Was ist das? Ich bin tot Ich bin tot Okay, das mit dem Boot habe ich irgendwie nicht ganz geschnallt Stand on the correct color Das war mega laggy vorhin Black Stimmt Alles klar Das hingekriegt, Peter Und alle anderen auch Sehr schön So, jetzt kommt die nächste Und? Und, und, und Alle tot Light blue Boah, Alter Das wird aber ganz schön knapp dadurch Ganz schön assi Das ist ganz schön gut Oh Was ist noch Peter? Grün Hä? Das war green Oh Das war das falsche Grün Das war hellgrün, Peter Oh mein Gott Jetzt fress mich wieder die Chicken Nein, Mama Aber Peter ist immer am weitesten gekommen von uns Ja, ihr seid alles Lutsche Ihr könnt nix Aber das heißt Weißt du nix, weil du bist Ja Du kennst deinen Unterschied zwischen hell und dunkelgrün nicht Mensch Ja, aber ich bin immerhin so weit gekommen Das ist Bark Bark Challenge Peter, du musst abmoderieren Danke fürs Zuschauen Sag mal, wie ihr das fandet Genau, richtig Das ist wichtig Genau Richtig, das ist wichtig Wenn's euch gefallen hat, liked Wenn's nicht, dann liked Haut rein, ciao Genau, genau so macht der Tasse Ciao Tschau 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 Vielen Dank.